Die Geschichte vom jungen Barlow Barlow war schon als Junge oft in unserem Haus. Von Anfang an hatte er nicht viel übrig für die Feste, die sein Vater mit seinen Freunden aus der Stadt feierte. Du darfst nicht glauben, dass er nicht gern gelacht hätte, aber seine Fröhlichkeit war von anderer Art. Dass er immer zu uns kam, wenn es auf dem Schloss hochherging, mag auch daran gelegen haben, dass er nicht leiden konnte, wie die Besucher aus der Stadt ihre Gäule über Hecken und Zäune hetzten, wenn sie auf die Jagd ritten. Denn Barlow liebte Pferde genauso wie mein Vater, der immer ein paar gute Zuchtstuten im Stall stehen hat. Es war also meistens von Pferden die Rede, wenn Barlow mit meinem Vater zusammensaß, und sie faßten bald großes Vertrauen zueinander. Das war wohl auch der Grund, weshalb er auf unseren Hof kam, als Gieser mit ihrem zottigen Knechten das Tal unter ihre Gewalt gebracht hatte. Ich erschrak zu Tode, als er nachts an mein Fenster klopfte, denn damals erwarteten wir alle nichts als Unheil. Aber dann hörte ich den Pfiff, mit dem wir einander immer verständigt hatten, und ließ Barlow ins Haus. In dieser Nacht hat er mich zum ersten Mal in die Arme genommen, und während ich ihn festhielt, hat er geweint wie ein Kind. Ich weiß nicht, wie lange wir so in der dunklen Diele standen. Irgendwann kam mein Vater, wir setzten uns in die Stube, und Barlow ließ uns alles berichten, was wir erfahren hatten. Sein Gesicht sah im Kerzenlicht aus wie das eines Fremden, so voller Hass hatte ich es noch nie gesehen. Er fragte nach ein paar Leuten aus dem Schloss, doch keiner von ihnen war mehr am Leben. Und während wir am Tisch saßen und sprachen, fingen draußen Wölfe an zu heulen. So etwas hatte es früher nie gegeben. Keiner aus dem Tal wagt sich nach dem Einbruch der Dunkelheit aus dem Haus, sagte mein Vater, und blies die Kerze aus. »Seid ihr feige geworden?«, fragte Barlow zornig. »Früher seid ihr doch auch auf die Wolfsjagd gegangen.« Mein Vater zuckte mit den Schultern. »Sollen wir mit bloßen Händen auf sie losgehen?«, fragte er. »Giesers Knechte haben jedes Haus im Tal nach Waffen durchsucht und uns nichts gelassen, außer ein paar Küchenmessern und einem Beil zum Holzhacken. Außerdem bleiben diese Wölfe immer im Rudel beieinander und jagen jeden, den sie nachts im Freien antreffen. »Morgen gehe ich in den Wald und schneide mir Holz für einen Jagdbogen,« sagte Barlow. Er wartete nicht ab, ob mein Vater etwas dazu zu sagen hatte, sondern stand auf und ging in die Kammer, in der er schon früher geschlafen hatte, wenn er nicht nach Hause gehen wollte. Am nächsten Morgen fragte Barlow meinen Bruder Braga, ob er mitkommen wolle oder ob er sich auch schon an die Tyrannei der Wölfe gewöhnt habe. Da ging Braga mit ihm, und sie schnitten sich jeder einen mannslangen zähen Eibenstamm für den Bogen und ruten für Pfeile. Tagsüber arbeitete Barlow als Pferdeknecht, denn mein Vater schien es zu gefährlich, ihn nur als Gast in seinem Haus zu beherbergen. Ein Mann, der im Hof stand und Pferde striegelte, fiel bei uns nicht weiter auf. Am Abend fingen Barlow und Braga damit an, ihre Bogen herzurichten. Ich sehe Barlow noch sitzen, wie er eine Woche lang jeden Abend grimmig an dem harten Holz herumschnitzte und schließlich die Sehne aufzog. Als er sie dann spannte und zurückschnellen ließ, stand nackte Mordlust in seinen Augen. Mir ging er in dieser Zeit aus dem Weg, als könne ich ihn von seinem Vorhaben ablenken. Der Einzige, mit dem er sprach, war Braga, und als sie ihre Bogen fertig hatten, sagte er zu ihm, »Wir müssen uns einen Baumsitz bauen, auf dem uns die Wölfe nichts anhaben können.« Sie brauchten einige Zeit, um eine Stelle zu finden, an der das Rudel häufig vorübertrabte. In einer alten Eiche am Waldrand richteten sie dann ihren Hochsitz ein und ließen auch ihre Bogen dort, denn es wäre unklug gewesen, sie im Haus zu behalten. Bis dahin waren schon fünf Wochen vergangen, seit Barlow ins Haus gekommen war. Ich saß dabei, als die beiden ihre erste Jagd absprachen. »Wir schießen nur auf Wölfe, die sich ein Stück vom Rudel entfernt haben,« sagte Barlow, »und der Schuss muss tödlich sein, denn ein angeschossener Wolf könnte die anderen auf unsere Spur bringen. Auch sollten wir versuchen, unsere Pfeile zurückzuholen.« Gegen Abend, im letzten Sonnenlicht, machten sie sich auf den Weg, und sie kamen erst am Morgen zurück, als die Sonne schon aufgegangen war. Wir waren früh aufgestanden und warteten auf sie. Mein Vater schaute Barlow fragend an, er hielt aber keine Antwort. Doch ehe Barlow ins Haus ging, zog er sein Messer aus der Scheide und schnitt zwei Kerben in den Türpfosten. Dann legte er sich in seiner Kammer schlafen, denn die Pferde hatte mein Vater schon gefüttert. Pragar sagte nur, »Sie tragen Halsbänder mit einem blauen Stein.« So ging das ein paar Tage lang. Manchmal schnitt Barlow eine Kerbe, manchmal keine. Mehr als zwei waren es nie. Man konnte ihm und meinem Bruder ansehen, wie müde sie waren, denn es gab zu viel Arbeit auf dem Hof, als dass sie den Tag hätten verschlafen können. Außerdem fingen Giesers Knechte wieder damit an, die Häuser zu durchsuchen. Überall sah man sie zu dritt oder zu viert durchs Tal reiten, und unser Hof war einer der ersten, den sie sich vornahmen. Sie kamen über die Pferdeweide heraufgeprescht und setzten über den Zaun, dass die Hühner auseinanderstoben. Vor dem Haus sprangen sie ab und warfen Barlow, der gerade aus der Tür kam, die Zügel zu. Dann stürmten sie ins Haus, drangen in jeden Raum ein, rissen Schränke und Truhen auf und durchwühlten alles, was ihnen unter die Hände kam. Schließlich gaben sie es auf, nachdem sie gehaust hatten wie die Räuber und verließen wütend das Haus. In der Tür blieb einer von ihnen stehen und betrachtete nachdenklich die frischen Kerben, die sich hell auf dem verwitterten Türpfosten abzeichneten. Dann holten sie ihre Pferde und ritten zum nächsten Hof. Am Abend dieses Tages gingen Barlow und Braga wieder auf die Jagd. Als sie am Morgen zurückkamen, merkte ich gleich, dass etwas schiefgegangen war. »Uns ist ein verwunderter Wolf entkommen«, sagte Braga. Noch am gleichen Vormittag ritten wieder Gisas Knechte auf den Hof. Einer von ihnen trug den Arm in einer Schlinge und hielt einen Pfeil in der Hand, an dem er herumschnüffelte wie ein Schweißhund. Diesmal gingen sie nicht ins Haus, sondern riefen nach meinem Vater. »Wer arbeitet außer dir auf dem Hof?«, fragte einer von ihnen. »Mein Sohn Braga und ein Pferdeknecht«, sagte mein Vater. »Rufe sie heraus«, sagte der Zottige. Als Barlow und Braga vor die Tür kamen, betrachtete der Verwundete sie genau und trat dicht an sie heran, als wolle er ihren Geruch wittern. In seinen gelben Augen stand kalte Wut. »Du hast zu viele junge Männer auf dem Hof«, sagte er dann. »Wir werden sie anderweitig beschäftigen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Dein Sohn ist klein, aber kräftig und wird sich gut für die Arbeit im Stollen eignen. Und diesen langen Pferdeknecht können wir auf dem Schloss gebrauchen.« »Der soll sich dann um meine Pferde kümmern«, fragte mein Vater. »Das wird nicht nötig sein«, sagte der Zottige, »denn auch für deine Pferde haben wir Verwendung. Es wird wohl ausreichen, wenn wir dir zwei Gäule für die Ackerarbeit lassen.« Sie machten sich gleich daran, die Pferde aus dem Stall zu führen. Zum Glück hatten sie keine Spur von Pferdeverstand und so gelang es meinem Vater, die beiden besten Zuchtstuten zurückzubehalten. Inzwischen hatten Barlow und Braga ihre Sachen geholt und kamen mit ihrem Bündel vor die Tür. Braga hatte sich im Haus von seiner Frau und seinen Kindern verabschiedet, denn er wollte nicht, dass Gildis vor den gelben Augen der Zottigen weinte. Ich hatte die ganze Zeit über draußen gestanden, und als Barlow sich von meinem Vater verabschiedet hatte, wollte er auch mir die Hand geben. Dann nahm ich ihn zum zweiten Mal in die Arme, und es war mir gleich, ob Gisars Knechte grinsend zuschauten. »Ich lasse dir mein Messer«, flüsterte Barlow mir ins Ohr. »Es liegt in deiner Truhe. Halte es scharf, denn ich werde es noch brauchen.« Dann küßte er mich und ging zu den Pferden, die er ins Schloss bringen sollte. Es war zu befürchten, dass ihn dort einer der Diener, die man inzwischen eingestellt hatte, erkennen würde. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass einer Barlow verraten würde, denn er war bei allen beliebt gewesen, wie sein Großvater. Ich hielt es trotzdem keine drei Tage zu Hause aus, sondern ging ins Tal hinunter und trieb mich im Dorf unter dem Schloss herum, in der Hoffnung, Barlow zu treffen oder etwas über meinen Bruder zu erfahren. Als mir das nicht gelang, ging ich zu Foro, dem Schmied, denn er pflegte die Pferde aus dem Schloss zu beschlagen und würde am ehesten etwas wissen. Auch war er ein Mann, der sich nicht so schnell vor diesen zottigen Knechten fürchtete. »Deinen Bruder haben sie zusammen mit anderen jungen Männern in die Berge gebracht«, sagte Foro. »Ich habe selbst gesehen, wie Gisars Knechte sie hier vorbeigetrieben haben. Von Barlow weiß ich nur, dass er oben auf dem Schloss als Pferdeknecht arbeitet. Aber du brauchst keine Angst zu haben, dass einer von unseren Leuten Gisar erzählt, wer da ihre Pferde striegelt.« Dann sagte er noch, er wolle mir Nachricht geben, wenn Barlow Pferde zum Beschlagen in die Schmiede bringen wolle, denn er hatte schon gemerkt, dass mir daran lag, Barlow zu sehen und mit ihm zu reden. Ein paar Tage später kam ein Nachbar vorbei und sagte, Foro lasse ausrichten, dass er morgen unsere Pferde nicht beschlagen könne, weil er für die Schlossherrschaft arbeiten müsse. »Haben wir ein Pferd zugeschlagen?«, fragte mein Vater verwundert. »Natürlich«, sagte ich, »weißt du das nicht?« und gab ihm heimlich ein Zeichen, dass er nicht weiterfragen solle. Da dankte er dem Nachbarn für die Nachricht, und als wir wieder allein waren, nahm er mich mit in die Stube und sagte mir, dass dies keine Zeit sei, in der man Geheimnisse voreinander haben dürfe. Da erzählte ich ihm von meiner Verabredung mit dem Schmied und sagte ihm auch, dass ich Barlow sehen müsse und wenn es mich das Leben kosten solle. »Barlow hat jetzt anderes im Sinn, als sich heimlich mit einem Mädchen zu treffen,«, sagte mein Vater. »Ich hatte gewusst, dass er das sagen würde, und das machte mich wütend, dass Männer über ihrem Hass alles andere vergessen können. »Ja«, sagte ich, »leider hat er nur anderes im Sinn, und er ist bis in seine Augen hinein so voller Hass, dass er böse werden wird in diesem verfluchten Schloss.« Mein Vater blickte mich verständnislos an. »Willst du, dass diese Hexe mit ihren zottigen Knechten uns für alle Zeiten Gewalt antut?«, fragte er. Er sah in diesem Augenblick genauso hart und böse aus wie Barlow, als er seinen Bogen schnitzte. »Du weißt, dass ich das nicht wünsche,«, sagte ich, »aber wer diesen bösen Spuk besiegen will, der muss zuerst den eigenen Hass besiegen, und ich werde nicht zulassen, dass Barlow vergisst, wie Menschen leben sollten. Vielleicht erinnert er sich daran, wenn ich ihn wieder in die Arme nehme, und daran wirst du mich nicht hindern.« Mein Vater schaute mich eine Zeit lang nachdenklich an. Dann lächelte er und sagte, »Ich werde dir nichts in den Weg legen, wenn du morgen zur Schmiede gehen willst. Aber bring dich und Barlow nicht in Gefahr.« Da gab ich ihm einen Kuss und sagte, »Ich sehe nur eine Gefahr, dass diese wölfische Brut unsere Herzen frisst.« Am nächsten Tag war ich schon in der Schmiede, als Barlow mit den Pferden kam. Zwei der zottigen Knechte waren bei ihm. Der eine wollte mich wegjagen, aber der andere grinste nur, als er mich sah, denn er war dabei gewesen, als Barlow abgeholt wurde, und hatte unseren Abschied beobachtet. »Lass sie doch hecken wie die Kaninchen,« sagte er. »Arbeiter kann unsere Herren immer brauchen.« Ich sah, wie Barlow blass wurde vor Zorn. Da ging ich rasch zu ihm hin und umarmte ihn. »Sie reden so,« sagte ich, »weil sie wie Tiere denken.« »Das kann mich nicht beleidigen.« »Aber mich macht es krank,« sagte er, und ich spürte, wie er vor Wut zitterte. »Ich bin krank vor Hass, seit ich diese Brut durch die Räume laufen sehe, in denen mein Großvater und meine Eltern gelebt haben.« »Ich weiß,« sagte ich, »deshalb bin ich hier, damit du nicht vergisst, dass dieser Hass nicht alles ist.« »Es ist gut, dass du hier bist,« sagte er, »aber dort oben im Schloss warte ich wie durch giftigen Schlamm.« »Jetzt bin ich dieser Hexe so nahe, dass ich schon einen Weg finden werde, wie man sie aus der Welt schaffen kann.« »Ich werde dir über Foro Nachricht geben, wenn ich Hilfe brauche.« Die übrige Zeit sprach mir nicht mehr viel. Dann waren die Rösser beschlagen, und Barlow mußte mit den Knechten wieder hinauf zu den Stallungen gehen. Von Foro kam keine Nachricht mehr. Er verschwand mit seiner Frau eine Woche später aus dem Dorf und nahm dabei einen großen Teil der Einrichtung seiner Werkstatt mit. Es hieß, er sei mit jenem Eseltreiber geflohen, der damals mit einer ganzen Horde von Trageseln in die Wälder ging. Giza ließ oben im Schloss eine Hubschmiede einrichten, und so kommt es, dass ich Barlow die ganzen drei Jahre lang, die er im Schloss diente, nicht mehr gesehen habe. Gegen Ende dieser Zeit aber habe ich dich gesehen, Lauscher, wie du mit Giza über die Wiesen geritten bist. »Einmal kam dir ganz nah an mir vorbei, und ich hörte, wie Giza zu dir sagte,« »Du mußt lernen, lauter zu sprechen, sonst gehorcht dir keiner.« »Ich mochte deine Stimme gern, mit der du ihr leise wie zuvor Antwort gabst, und ich bin froh, dass du auch heute noch immer nicht lauter sprichst.« »Von einem Diener hörten wir, was dann mit Barlow geschah, und eine Zeit lang habe ich dich dafür ebenso gehasst, wie Barlow die böse Herrin gehasst hat. Doch dann dachte ich wieder daran, was ich selber über diesen Hass gesagt hatte, und ich begann, dich zu bedauern, denn es war Giza, die dich so weit gebracht hatte. Wenn wohl auch nicht ganz ohne deinen Willen. Von Barlow fehlte jede Spur, aber ich gab die Hoffnung nicht auf, dass er noch am Leben sei. Man sagt ja, dass ein Messer stumpf und rostig wird, wenn der Besitzer stirbt, aber Barlows Messer blieb immer scharf und blank, wie an dem Tag, da er es in meine Truhe legte. Und zu bedauern seid ihr wohl beide nicht mehr, denn ich habe lange nicht zwei so fröhliche Menschen gesehen wie euch.«